Herzlich willkommen zum LAN Update to go. Heute geht es um das Thema Trusted Access beziehungsweise genau das Thema Cloud Managed VPN Client. Dieses Video ist übrigens der erste Teil einer zweiteiligen Reihe. Heute geht es primär um den Cloud Managed VPN Client. Im nächsten Video erweitern wir das Szenario dann und schauen uns das Thema Zero Trust an. Das Thema VPN Client ist spätestens seit der explosionsartigen Verbreitung von Homeoffice durch die Corona-Pandemie aus dem beruflichen Alltag nicht mehr wegzudenken. Angesichts von Kostendruck und Fachkräftemangel rückt aber das Thema zentrales Management immer mehr in den Vordergrund. Denn was bei einem kleinen Szenario mit wenigen Mitarbeitern noch per Lizenz pro Arbeitsplatz und lokaler Konfigurationsdatei per Endgerät funktioniert, skaliert ab einigen Mitarbeitern nicht. Und da kommt die LAN Com Trusted Access Lösung ins Spiel. Bei LAN Com Trusted Access werden sowohl die Zugriffsrechte der VPN Clients als auch die Lizenzen in der Cloud gespeichert. Ich habe also einen zentralen Punkt, an dem alle Informationen liegen. Die Einrichtung von LTEA ist schnell erledigt. Wie schon bei der Einleitung gesagt, schauen wir uns heute ausschließlich das Thema zentrales Management an. Einer der großen Vorteile unserer Cloud-basierten VPN-Client-Lösung ist die Skalierbarkeit. Wobei meistens mit dem Begriff Skalierbarkeit die Richtung nach oben, also große Systeme und Umgebungen mit Gemeindes. Unsere Lösung ist eine der wenigen im Markt, die auch nach unten skaliert. Also auch für kleinere Netze bis hin zu einem einzigen Client sauber skaliert und funktioniert. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, die LAN Com Trusted Access Lösung kann auch 10.000 Clients managen. Das ist kein Problem. Sie kann aber halt auch Mittelstand, sie kann auch kleine Kunden bis zu einem Client. Und damit unterscheidet sie sich von mehr oder weniger allen Marktsegmentbegleitern, speziell die amerikanischen Hersteller, fokussieren sich in der Regel auf große Konzerne als Endkunden. Es gibt bei LTEA zwei Möglichkeiten, die zentrale Benutzerdaten zu verwalten. Die Benutzerdaten liegen in der LMC. Das ist die einfachste Methode, um Benutzerdaten zentral zu speichern. Ich benötige dafür lediglich ein Projekt in der Cloud, eine Domäne und den LTEA-Client. Die Einrichtung davon dauert circa 10 bis 15 Minuten. Die User werden in der LMC einzeln angelegt, also nicht in Gruppen zusammengefasst. Zusätzlich noch eine Erlaubnisregel für alle User und schon kann die LMC die Konfiguration an das entsprechende LTEA-Gateway ausrollen. Dann noch die Lizenzen aktivieren und fertig. Auf den Rechnern der Anwender muss lediglich der LAN Com LTEA-Client installiert werden. Außer der Angabe der Domäne ist nichts weiter erforderlich. Wenn sich jetzt ein Anwender verbinden möchte, ruft er den Client auf, gibt seinen Username und Passwort ein. Der Client baut eine Verbindung zur Cloud auf. Anhand des Domänennamens wird die Anfrage des entsprechenden LMC-Projekts weitergeleitet. Username und Passwort werden überprüft und der Client bekommt eine Konfiguration zur Einwahl in das LTEA-Gateway. Natürlich nur, wenn alles richtig ist. Danach ist die Cloud raus aus dem Thema. Der VPN-Client des Rechners baut eine direkte Verbindung zu dem LTEA-Gateway auf. Es gehen keinerlei Nutzerdaten über die Cloud. Alles bleibt im Netz des Kunden. Die zweite Möglichkeit ist die Anbindung einer Active Directory. Die allermeisten von Ihnen werden wissen, was ein Active Directory ist, aber für die anderen ganz kurz. Active Directory, kurz AD, ist ein zentraler Verzeichnisdienst von Microsoft, der erstmals mit Windows 2000 eingeführt worden ist. In einem AD werden sowohl die Benutzerdaten, wie zum Beispiel Zugehörigkeit zu Gruppen, als auch für diese Gruppen freigegebene Ressourcen, wie Server, Laufwerke, Drucker und die Netzwerkbenutzer und Computerkonten erfasst. In den meisten Kundeninstallationen wird bereits an AD verwendet. Ich habe bei der Vorstellung der LTEA-Lösung auf der LearnUpdate Rojo mehrmals die Frage gestellt, ab welcher Mitarbeiteranzahl des Endkunden unsere Partner denn an AD einsetzen. Viele sagten, dass sie das schon ab dem ersten Mitarbeiter tun, aber meistens war die Antwort zu ab circa zehn Mitarbeitern. Wir unterstützen die Cloud-Version des Microsoft ADs, also die Azure-Variante, aktueller Name ist EntraID, als definierte Schnittstelle. Das ist auch die wohl weit verbreitetste AD. Die Anbindung der EntraID an die LMC wird in unserer kostenlosen LTEA-Schulung detailliert erklärt. Bei Nutzung der EntraID holt sich die LMC die Benutzer- und Gruppeninformationen dann aus der EntraID, konfiguriert entsprechend das LTEA-Gateway und erstellt dann beim Verbindungsaufbau, wie eben schon erklärt, die jeweilige Client-Konfiguration. Dabei können die Daten natürlich in der EntraID selber liegen oder aber, wenn der Kunde ein lokales AD einsetzt, dieses an die EntraID angebunden werden. Die Lancome Trusted Access Lösung ist eine DSGVO-konforme Cloud-Managed VPN-Client-Lösung, die für alle Kunden von Kleingewerbekunden, Einzelhandel über Mittelstand bis hin zu großen Szenarien mit fünfstelliger Useranzahl perfekt passt. Das macht sie meines Wissens nach im Markt einzigartig. Die Tatsache, dass der LTA-Broker, also unsere LMC, in Deutschland gehostet ist und die Gateways sowie die Firmware aus Deutschland kommen, ist für viele Kunden ein entscheidendes Kriterium bei der Lösungsauswahl. Zusätzlich gehen die Kundendaten gar nicht über die Cloud selber, sondern laufen direkt zwischen VPN-Client und LTEA-Gateway. Die Cloud wird nur für die Authentifizierung verwendet. Die Links zur LTEA-Landingpage mit weiteren Infos, der kostenlosen LTEA-Schulung als Web-Best-Training sowie dem Rechtsgutachten zur DSGVO-Konformität, auch bei Nutzung der EntraID, finden Sie unten in der Videobeschreibung. Diejenigen von Ihnen, die sich jetzt denken, Moment mal, so richtig sicher wird aber eine Remote-Access-VPN-Lösung doch erst mit Zero Trust, denen lege ich unser nächstes Video ans Herz. Dann beschäftigen wir uns genau mit diesem Thema. LTA in Kombination mit Zero Trust. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wie immer freuen wir uns über wohlwollende Kommentare. Denken Sie an das Abo und die kleine Glocke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.